Was ist die Gastfreundlichkeit? Ist die Gastfreundlichkeit eine Frage der Ehre, ja? Denn wir sagen, jeder Fremde ist ein Freund, den wir noch nicht kennengelernt haben, ja? Damit, ich glaube, es wird so langsam Zeit, dass er Eurisch-Kälte übernimmt und Eurisch-Kälte führt, wie er ihn führen will, ja. Ich muss jetzt weg, morgen kann ich ausschlafen, ja? Aber machen Sie sich keine Sorgen, ja? Weil, wie an jeden Tag, gehen die Türen hier im Eurisch-Kälte auf, ja? Mach ich aber morgen nicht. Das macht meine Sonne Gerrit, ja? Make me turn your mind, ja? Also, meine Damen und Herren, kommen Sie gut nach Hause, ja? Sie können aber wiederkommen und erzählen Sie Ihre Freunde, wo wir sind, ja? Wir würden uns sehr freuen, Ihnen nochmal in Eurisch-Kälte begrüßen zu dürfen, ja? Und ich sage, hören Sie es? Sláinte! Vielen Dank! Vielen Dank!